Ring frei, Runde 1 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 Ring frei, Runde 2 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf Ihnen vorstellen, in der hohen Ecke, Serge Michel vom B.C. Straubing. Er ist geboren am 10.09.1988. Er ist der amtierende deutsche Vizemeister im Rang Schwergewicht und sein Kampfrekord 71 Kämpfe, 48 Siege. Serge Michel. Sie haben sich die anderen nicht angestrengt, oder was? Sie haben sich die anderen nicht angestrengt, oder was? Sie haben sich die anderen nicht angestrengt, die geht doch mal auf. Jetzt stellt rückkehrtsklang. Ringsreihe und ins hoch. Ja. 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 Vielen Dank. 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 ...